Oh, hi, Mrs. Griffin. Ich wollte eigentlich schon längst mit Ihnen über Stewie sprechen. Ich habe Sorge, dass er ein Aufmerksamkeitsdefizit hat. Aufmerksamkeitsdefizit? Ja, er ist im Umgang manchmal etwas schwierig. Und auf Seite 2 im dreiseitigen Kindergärtnerlehrbuch steht, dass alle Kinder, die schwierig sind, medikamentös behandelt werden sollten. Was? Sie wollen ein Baby zudröhnen? Sind Sie sicher? Das hört sich alles so ernst an. Er ist leider schon seit einer Weile verhaltensauffällig. Er stört sogar andere beim Mittagsschläfchen. Hey, ist er wach? Rate mal, wo ich einen Malstift versteckt habe.